So, jetzt haben wir 9.21 Uhr. Da ist doch für Sie zu Hause bestimmt schon klar, was auf dem Mittagstisch heute steht. Vielleicht eine schöne heiße Suppe, vor allem in unserer kalten Live-Schalte. Ist ja auch gar nicht so schwer, so eine Suppe zu machen. Das geht bei manchen Suppenrezepten total easy. Oder man kann es ganz einfach machen. Man kauft sich so eine Tütensuppe. Ja, oder was aus der Dose. Aber jetzt gibt es ja etwas. Und alle, die, und da gehöre ich ja dazu, zu faul zum Schnibbeln sind, die gehen einfach in den Supermarkt. Und dann wird man schon angelächelt von diesen schicken Designs. Frische Suppen, die sind dann bio oder vegan. Und dann steht da drauf, alles gesund und lecker. Aber ist das jetzt wirklich so bei frischen Suppen? Und jetzt kommt der Test. Maren Grau und ihre Mutter Brigitte kochen jeden Tag frisch und sind echte Suppen-Fans. Ich finde Suppe eine ganz, ganz tolle Sache, weil ich es mag, was Warmes zu haben, was Püriertes zu haben, was Schnelles machen zu können. Ich bin voll berufstätig. Profikoch Matthias Gfröhrer legt in seinem Restaurant in der Nähe von Hamburg v.a. Wert auf hochwertige, regionale und saisonale Zutaten. Haben die von uns eingekauften Supermarktsuppen da überhaupt eine Chance? Wenn jemand als Anbieter das sehr günstig hält mit viel Aromen und Zusätzen, dann ist es natürlich weit weg von einer gesunden Suppe. Diese 4 Kürbissuppen aus dem Kühlregal nehmen wir genauer unter die Lupe. Die Bio-Kürbis-Kokossuppe von Tressbrüder erhältlich ab 3,32 Euro pro 500 ml. Die Kürbissuppe von Rewe2Go für 3,47 Euro. Minimal teurer die Kürbiscremesuppe von Lenas Küche kostet 3,49 Euro. Und noch die Kürbiscremesuppe von Hofküche für 4,15 Euro pro 500 ml. Los geht's mit dem einzigen Bio-Produkt, der Kürbis-Kokossuppe von Tressbrüder. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob ich sie in der Mittagspause tatsächlich aufessen wollen würde. Das wollte ich gerade sagen. Und mir fehlt alles. Und dieses, wie darf ich das sagen, schleimig, nicht am Gaumen, ich mag sie nicht. Tressbrüder schreibt, dass die Konsistenz abhängig von der Erntezeit variiert, beispielsweise durch den Stärkegehalt der Kartoffel. Beim Blick auf die Zutatenliste hat Matthias Gfröhrer aber nichts auszusetzen. Das, was ich hier sehe, ist frei von Zusätzen und sogar vegan zubereitet, eigentlich eine sehr gute Sache für die ganze Familie. Weiter geht es mit der Kürbissuppe von Rewe2Go. Das ist mehr Eintopf, oder? Mir fehlt der reine Kürbisgeschmack. Ich finde das eigentlich eine Frechheit, das Suppe zu nennen. Das ist jetzt eine Mischung aus anpüriertem Eintopf und Kürbispüree und Kartoffelstampf. Bei den Zutaten fällt uns der Säureregulator Zitronensäure auf. Der kann die Konsistenz verbessern und die Suppe länger haltbar machen. Auf der Verpackung heißt es jedoch, ohne Zusatz von Konservierungsstoffen. Rewe argumentiert, die Zitronensäure sei Bestandteil der eingesetzten Tomaten und hat im Endprodukt keine Wirkung. Als Nächstes probiert unsere Jury die Kürbiscremesuppe von Lenas Küche, ebenfalls in der Blindverkostung. Wahrscheinlich Hefe-Extrakte. Und die lenken sehr stark von so einem frischen Kürbisaroma ab. Beim Blick auf die Zutaten fühlt sich Matthias Gfröhrer bestätigt. Weil einerseits hier draufsteht, ohne Konservierungsstoffe und ohne Geschmacksverstärker. Aber die Zutaten ist relativ lang. Es ist unter anderem auch Maltodextrine und relativ viel Salz, Kalimiodat und auch gekannte Gemüsebrühe. Von Lenas Küche heißt es dazu, die Gemüsebrühe werde vorsichtig und minimal eingesetzt, da das Produkt natürlichen Schwankungen unterliege. Und wie schneidet die Kürbiscremesuppe von Hofküche ab? Im Abgang ein bisschen schärfer. Profikoch Matthias Gfröhrer stört sich aber v.a. an den Zutaten Gewürze und natürliches Aroma. Der Endverbraucher denkt bei natürlichen Aroma an Petersilienstiele und ein bisschen Zucker und Salz und Pfeffer und Cayennepfeffer. Aber das würde hier stehen, das Gewürz. Hofküche argumentiert, dass das natürliche Aroma Bestandteil der Bio-Gemüsebrühe sei. Als Endverbraucher sollte man davon ausgehen, dass die frisch gekochte Suppe das Beste ist. Und die selbstgekochte Suppe bietet aus der Sicht unserer Suppenfans auch immer noch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Muss ich doch selber schnibbeln. Gestern habe ich mir so eine Suppe gekauft. Naja, ist jetzt im Kürscher, wird jetzt gegessen.